Aufrufen von Produktinformationen, am Beispiel des Samsung QLED TV Q9FN. Sie benötigen die Seriennummer, den Modellcode oder die Softwareversion Ihres Samsung QLED TV? In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie alle wichtigen Geräteinformationen schnell auf einer Übersichtsseite aufrufen. Mit den Navigationsfeldtasten der Samsung Smart Remote navigieren Sie innerhalb der jeweiligen Menüs. Mit der Eingabetaste bestätigen Sie Ihre Auswahl und nehmen Markierungen vor. Mit der Zurück-Taste verlassen Sie die laufende Anwendung oder das jeweilige Menü. Durch Drücken der Home-Taste rufen Sie den Smart Hub Startbildschirm auf. Wählen Sie Einstellungen. Im Menü Unterstützung finden Sie den Eintrag Info zu diesem TV. Wählen Sie ihn aus. Alle relevanten Geräteinformationen werden Ihnen angezeigt und können, beispielsweise für Anfragen beim Samsung Service, verwendet werden. Schauen Sie sich auch unsere anderen Hilfe-Videos zum Thema TV Audio Video an. Hier ist eine neue Anfragen. Hier ist eine neue Anfragen. Hier ist ein Anfragen. Wir machen ein Anfragen. Hier ist eine Anfragen. Vielen Dank.